Wir lieben Emojis und verständigen uns damit auf WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram. Doch viele Smileys bedeuten etwas ganz anderes, als viele immer dachten. Wir verraten dir, welche 8 Emojis du bisher immer falsch genutzt hast. Bei diesem Smiley denken viele, er sei erschöpft oder hat Schnupfen. Stimmt aber nicht. Dieser Emoji schläft und ihm läuft Rotze aus der Nase. Nein, dieses Gesicht verschickt keinen Kuss. Es pfeift einfach nur. Bei diesem Smiley denken viele, es wäre wütend wie ein Stier. Stimmt aber nicht. Die Gründer wollten einen triumphierenden Emoji darstellen. Auch hier liegen wir alle falsch, denn wir verschicken diesen Emoji, wenn wir geschockt sind. Doch eigentlich ist er nur vor Schüchternheit errötet. Und auch dieser errötete Smiley hat eine andere Bedeutung, als viele denken. Er ist nicht happy, sondern er flirtet. Wenn du dachtest, dass diese Hände sich ein High-Five geben oder es bedeuten soll, dass man für etwas betet, müssen wir aufklären. Es ist nämlich die japanische Geste für Entschuldigung. Du dachtest, dieser Mann ist erschrocken? Falsch! Er verbeugt sich. Dieser süße Emoji ist nicht traurig, sondern er denkt nach. Gewusst? Diese verrückten neuen Emojis kommen 2018 auf unsere Handys. Check sie jetzt schon im Link in der Infobox.